Mach, mach jetzt nen Abflug! Lass mich jetzt in Ruhe! The Fungal Cringe Wie kann ich sass sein, Digga? War's ein Duo Hallo Nerdy Das war so witzig Dieser Kill von dir, ich wusste es schon, ich hab's gerochen Das war so geil Aber weißt du warum genau das geil war? Ah? Weil du da, mach'n schön Hahaha War ne Drecksache Firebrow was? Grün, blau, grün, rot Grün, blau, grün, rot Hör, da ist ne Leiche! Firebrow, Firebrow, Firebrow! Achtung, Achtung, Achtung Hübi, du musst gar nicht sagen, ich hab's auf Camps gesehen Dass Firebrow den roten abgeschlecht hat, Nerdy Ich hab's auf Camps gesehen Ich wollt auch grad sagen, es muss Firebrow sein Oder Shadeshifter Was? Ne, die beiden haben grad eh Die haben sich gerade eben auch unterhalten Die beiden hab ich gerade eben allein gelöffnet Wer, 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 wer? Du und Nerdy, ihr seid vorher Ich und Nerdy haben uns auch unterhalten Dennis, Firebrow, ich hab grad die Leiche gefunden Davor kam mir Firebrow entgegen Und Watson hat, ohne dass ich was gesagt habe Gesagt, dass es Firebrow ist Warum sollte ich ihn dann killen und ich dann, ähm, 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 also, ja, äh, also, mhm Lenny Ja, oder, oder, ihr seid einfach ein Poster Ja, oder wir sind's beide, richtig, genau Ich würd sagen, es ist die erste Runde, keine Ahnung Ich weiß nicht, ob ihr geredet habt Nein, es ist Firebrow, alles gut Jetzt brauchen wir uns nicht verkopfen, durchziehen Geht dein Weg wie ein Alpha Also, Junge, F an den zweiten Imposter Fuck Nööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Also, ich hab für euch gefickt, äh, gefixt Für euch?! Digger, alle stehen hier auf einem Fleck Ich muss jetzt einen Powerplay machen Für sich gefickt Für uns. David, bleib bloß bei mir. Lenny hat sich grad verraten. Mach Emergency. Mach Emergency. Lenny hat sich gerade verplappert. Lenny hat sich verplappert. Lenny hat gesagt, er hat für euch gefixt. Wollte ich gesagt haben, für euch? Du bist so ein Hammel, Alter. Könnt ihr mal bitte Tim schmeißen, Anna? Du Hammel, Alter. Wir haben nur einen, das weißt du, ne? Was haben wir? Wir haben nur einen Button, das weißt du hoffentlich. Du hast gerade gesagt, ich hab für euch gefickt. Ich hab gefixt. Der Versprecher war, dass ich gefickt gesagt habe und nicht gefixt. Nee, der Versprecher war das für euch. Ich muss sagen, ich hab keine Ahnung, was passiert ist. Aber es wäre schon unfassbar witzig, jetzt Lenny zu voten und dann die Runde zu gewinnen. Oh, ich fick euch, Alter. Was? Nein, 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 nein. Ich bin es nicht. Ja, Lenny. Ich hab Firebrow Hops genommen. Lenny, wir sind Content Creator. Ich habe Firebrow Hops genommen, ihr Müllgesichter, Alter. Für Content, für Content. Denk an dieses wabberhafte Video, Junge, was irgendwann kommt. Das ist so krass. Please, please. Oh mein Gott, das ist ja so witzig. Ihr seid so Eimer, Alter, wirklich. Voll random einfach. Nein! Dumm wie ein Zentimeter Feldstroh, Alter. Das ist der Wahnsinn, ey. Dumm wie ein abgebrannter Rasen. Es ist keinen Millimeter weit gedacht. Okay, okay. Aber ey, war witzig, war witzig. Das war ein Hammel-Moment. Das war ein richtiger Hammel-Moment. Das ist ein Hammel, Alter. Ja, ein Hammel, ey. Das ist fast so geil wie du Kackhaufen oder so. Ei, ei, ei. Ey, dann drückt er den Button, weil ich gesagt habe, für euch. Also, so verloren muss man, dann hat es die Crew auch nicht verdient. Ja, ja, Tim ist übel sass, ich geh vor ihm weg. Ja, Tim ist wirklich sass. Dumm, das war grad Reflex. Scheiße, man hätte alles auf Tim schieben können. Ich dachte grad leichte Beute. Egal. Okay, da wird schon gefixt. Scheiße. Wait, what? Wait, what? Okay, ich hab den Code eingegeben. Okay. Und jetzt muss einer drüben noch den Code eingeben. Achso, lol. Scheiße. Die sind alle zusammen da gewesen. Digga, warum ist das so schwierig? Fuck. Also, ich muss auf die andere Seite. Wie lange habt ihr? 42 Sekunden, easy, oder? Okay, ich geb mal drüben den Code. Hä? Sean, du lebst doch. Ja, ja, ja. Ich, ich geh fixen. Hier wird irgendwie nicht gefixt. Hä? Oh mein Gott. Hallo. Wir müssen das machen, wir müssen das machen, ja? Könnt ihr mal bitte den scheiß Code drüben eingeben? Ja. Oh nein, wer ist denn da tot? Hä? Ist jemand tot? Hä? Achso, achso, kacke. Oh, man! Oh, man! Oh, man! Oh, man! Oh, man! Nein! Alter, was schreit denn der Typ? Niemann... Es wird... Jetzt sterben wir wirklich dadurch. Jetzt sterben wir wirklich dadurch. Jetzt sterben wir wirklich dadurch. Ihr seid so schlecht. Das ist der Wahnsinn. Ne, dann habt ihr auch nicht das verdient. Was machen wir? Ne, auf der anderen Seite. Gebt niemand den Code ein. Ja gut, wir haben verloren. Ich komm nicht rüber. Ähm, nein! Wir verlieren! Na! Ja geh doch fixen! Reicht das? Digga, das ist nicht wahr. Ja wie? Ich bin schon zu spät! Wenn du rüberläufst! Digga! Da war die Brücke zu! Du kannst außen rumlaufen! Ja das hat doch Schneide schon gemacht, der kam mir gerade entgegen. Was ist denn das denn Scheiß, Alter? Hä? Junge! 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 Meinen herzlichen Glückwunsch! Junge! Diese Gruppe hat es nicht verdient, als Crewmate zu gewinnen. Nachdem ich den Imposter gefickt habe, Alter, werde ich wegen einem Scheißversprecher! Ich war nicht mal ein Versprecher, Alter! Oh Digga! Junge! Sean hat mich so durchgenommen! Ey wir waren sieben Leute, ich bleib halt unten auf Camps, weil ich denk so, die sechs Leute werden uns doch fixen! Moin was geht! Erstens nochmal sorry für letzte Runde natürlich! Okay! Bitte kill mich nicht! Das kannst du sehen! Wenn du Imposter bist! Nein Bro! Alles gut! Ich vertraue... Warum vertraust du mir denn nicht? Hä? Okay David, David, bist du Imposter auf Vertrauensbasis, falls... Nein! Ich schwöre, ich bin kein Imposter! Okay, okay! Sonst hätte ich dir... Ich wollte sagen, sonst hätte ich dir geholfen! Oh David hat Dinge getötet! David hat Sean getötet! David hat Sean getötet! David hat Sean getötet! Was? Hä? Ich hab's auch gesehen! Hä? Was? Hä? Was soll ich denn sagen? Was soll ich denn sagen, wenn ich beschuldigt werde? Können wir uns erstmal die Sachenlage angucken? Du und Sean, ihr standet eine halbe Stunde oben bei Rackets, ihr habt euch wohl unterhalten und dann plötzlich fällt der einfach um! Also ich hab's auch gesehen! Ich war auch auf Games! Also... Aber ich finde, da hat sich Lenny gerade sehr verdächtig versprochen! Ich glaub dafür, dass wir Lenny einfach kippen will! Also wie er das erste Wort betont hat, war sehr sass! Alleine wie ihr sass sagt! Da merkt man so richtig, was für Low-Level-Gamer ihr seid, Alter! Der ist ja richtige Noobs in dem Spiel! Du mit deinem Level 69 hier! Kommt erstmal auf mein Level! Alles willenlose Schafe! Mann, was ist denn hier los? Äh irgendwie... Og man, ich wuss was naszeов! Guck mal! Nein, nein, nein! Okay, okay, was krieg' ich, wenn du mich jetzt tötest? Was krieg' ich, wenn du mich jetzt tötest? Ne nenn, nenn ni nenn, nenn nein, ne nenn, ne nenn, ne nennenn still nicht... Ich do noten aufm Stream, komm mal mit! Komm mal hier rüber! Hier drüben kann man richtig gut töten, gell? Ja. So, jetzt bist du tot, mein Freund. Nichts des Kids ich bin Ingenieur. Ja, weiß nicht, weil du dir keine 20 Euro leisten kannst. Ja, stimmt. Eigentlich bist du Imposter, eigentlich bist du Imposter. Bro, Alter, ich, mir ist gerade, also in dem Moment, wo du in diesem Band gehüpft bist, bin ich kurz innerlich mental kurz gestorben, ne? Bist du so ein Psycho, der mit seinen Opfern spielt, wie so Katzen? Eigentlich schon, aber ich bin leider heute kein einziger Wasser Imposter gewesen. Ich auch nicht, ich auch nicht. Ich, ich kann eine einzige Imposter-Runde. Hallo, Nerdi, warum trägst du so eine Ma... Junge, Sevi, mies gelaufen, Junge. Digga. Ich wusste, ich wusste, man darf hässlichen Leuten nicht vertrauen. Sei ja schon ein bisschen Nerdy-Shaming, was du betreibst, ne? Wenn du dir einen Scheißhaufen auf den Kopf klebst, Digga, dann soll ich dir sagen. Oh, ihr Schneile? Hast du irgendwas gemacht? Nein, ich bin schon am Durchlaufen, ich bin am Durchlaufen. Ja, ja, da ist schon jemand, der hat doch was gemacht, du. Hübi, hier ist eine Leiche, da kommt er gerade her, ja, ähm. Ja, also wir könnten die Leiche reporten. Ey, Nerdi, hier ist eine Leiche. Also wir und ich waren die ganze Zeit zusammen, die ganze Zeit zusammen. Schneile kommt uns entgegen und ich denke so, ja komm, lass mal da hinlaufen, wo Schneile war. Und genau da liegt eine Leiche. Oh nein, 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 wo war der, wo war der? Ja direkt, die Tür, wo du durchgekommen bist, Schneile. What, was, wo? Welcher Raum? Tür zu Ende. Da kommst du gerade durch und 30 Sekunden später lauft er auf eine Leiche drauf. Nein, also ich schwöre, ich hab die nicht gesehen. Wo, also entweder muss danach erst gekommen sein oder ihr beide seid im Poster. Oder, digga nein, ich hab da, nein. Also ich kam gerade da an und Hübi hatte, hat nur gemeint, da liegt eine Leiche, Nerdi. Und da dachte ich so, ja, okay, dann lass es reporten. Ich war, ich war sehr lange mit Tim bei Security. Dann bin ich rausgegangen über Kitchen, über Armory, weil ich im Cockpit, am Anfang von Cockpit eine Task habe. Und dann kamst du im Cockpit wieder in Armory? Hä, wie in Armory? Nein, ich bin durch Armory durchgelaufen, zu Cockpit hinten, ich kam ja von unten. Du kamst doch von oben? Du kamst von oben, ja. Nein, was, hä, nein. Also, Watson, ich hab noch den Gedanken, also nur laut gedacht, dass Nerdi einfach wieder zurück zum Tatort kam. Ja, das hab ich mir jetzt auch schon gedacht, aber warum sollte er da nochmal hinlaufen? Ja, halt um zu reporten und diesen Self-Report so ein bisschen zu verschleiern. Immer auf die alten Menschen, weißt du? Oh, okay. Okay, leizen aus, ich mach jetzt trotzdem Cockpit, weil ich gerne einen Cock nehme, um ihn ins Pit zu packen. Leichen Records. Ich rede nur vom Cock, oh. Vom Cock auch, ich rede nur vom Cock, okay. Gute Information hier. Buy in Records, buy in Records. Guck mal, aber Nerdi und Firebrows sind schon wieder so ruhig. Ja, weiter. Ich hab doch gerade eben noch gesagt, ihr hört mir ja nie zu, ich hab doch gerade gesagt, dass ich Medical war und da die Sache gefixt habe. Ne, Cargo Bay ist das ja. Und wo bist du dann hingelaufen? Ich war erst in der Lounge unterwegs und dann in den Records und dann bin ich halt direkt zu Cargo Bay gelaufen. Okay, dann bist du da durchgekommen, okay. Ich bin am ersten bei Nerdi, aber wir skippen auf jeden Fall. Hier, hier polieren. Okay, okay. Okay, ich glaub das mal. Ich glaub das mal. Ich glaub das mal. Alles klar, Digga. Nein, Leon. Ach, scheiße, Digga. Nerdi, Junge. Aber hat er gut gemacht mit dem Polieren. Hat er gut gemacht mit dem Polieren. Ey, Firebro, was geht? Was machst du da? Moin, moin. Ich stapel den Burger. Okay, ja, passt, passt, passt. Oh nein! Oh nein! Oh, what? Okay, es muss Nerdi sein. Nein, ist er dumm. Junge. Hallo? Er hätte einfach nutzen killen müssen. Okay, es muss Nerdi sein. Ich war gerade in Bridge, also vor Vault und da lag er dann. Vor Vault, also Firebro war die ganze Zeit in der Küche und hat da Burger gestapelt. Der ist safe. Ja. Und Watson war auch unten beim Viewing Deck in der Küche und hat er auch. Also es muss ziemlich sicher ein Self-Report gewesen sein. Also ich weiß nicht. Also ich würd noch skippen, Hubi. Aber das ist halt so. Ich, äh, dass ich in die Küche gegangen bin, bin jetzt extra. Du warst sehr glaubwürdig an den Burger. Ich geh auf Nerdi. Ich, ich, sorry, ich geh auf Nerdi. Ach, komm ey. Ach, komm. Fuck, ich, ich, ich hab keine Ahnung, ob wir gewinnen oder verlieren. Das ist belastend, wirklich. Nur einfach so geraten.